Wer sich zu Hause noch ein neues gemütliches Plätzchen schaffen möchte, der sollte die Müller GmbH Wintergarten und Beschattungstechnik kontaktieren. Das Unternehmen wurde schon vor über 25 Jahren vom Maschinenbauer Dieter Müller gegründet, den heute sein Sohn Sebastian als gelernter Werkzeugmacher und Juniorchef tatkräftig unterstützt. Bekannt ist der Betrieb für die professionelle Planung, Fertigung und Montage von Winter- oder Sommergärten, die bei ausgeklügelter Be- und Entlüftung mit Beschattung ohne zusätzliche Klimatisierung auskommen. Die Mitarbeiter sind außerdem sehr erfahren, wenn es um Beschattungslösungen wie Markisen, Jalousien und Sonnensegel geht. Bei ihren Arbeiten nutzen die bestens geschulten Monteure einen modernen Fuhrpark mit einer flexiblen Arbeitsbühne. Müller Wintergarten und Beschattungstechnik, hohe Qualität und individueller Service sind hier selbstverständlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017